Die Grünen wurden gerade von den Erst- und Jungwählern krass bestraft und liegen weit hinter der AfD. Haben Sie gedacht, ach die Jungen, die werden uns schon wählen? Ich habe mich voll davon abgewendet, weil ich das Gefühl habe, dass die Grünen einfach mit diesem keine Waffen ins Kriegsgebiet liefern, ziemlich gelogen haben. Man wird belästigt von Ausländern, man wird dumm angeguckt, man wird verfolgt, man wird hinterher gelaufen, man schreit nach dir, das ist ganz unangenehm. Haben Sie auch für die AfD gestillt? Ja. Kaum ging der Schuss mit dem Jugendwahlrecht für die Grünen fatal nach hinten los, schon wird darüber diskutiert, ob man das nicht wieder rückgängig machen sollte. Und ja, meine Damen und Herren, das ist das Verständnis von SPD und Grüne, wenn es um unsere Demokratie geht. Doch diesmal muss ich zugeben, hat mich der Beitrag der Tagesschau so überrascht, dass es meine patriotische, rechtskonservative Pflicht ist, ihnen das nicht vorzuenthalten. Dort wurde nämlich nicht nur unsere Lieblingspolitikerin Ricarda Lang auf peinlichste Weise interviewt, sondern auch Schüler zum Ergebnis der Europawahlen befragt. Und die gaben wirklich unangenehme Antworten. Und das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Tja, die meisten Stimmen der unter 25-Jährigen gingen also an kleinere Parteien und auch an extremen Rechte. Da beginnt sofort mancher zu zweifeln, ob es denn die Jugend von heute wirklich ernst genug meint, um sogleich das Wahlrecht für 16-Jährige wieder zu Diskussionen stellen zu wollen. Dabei lohnt es sich durchaus hinzuhören, was die Jungen sorgt und bewegt, zu schauen, auf welchen Kanälen sie erreichbar sind und wem sie ihr Vertrauen schenken. Unsere Kolleginnen haben sich umgehört bei denen, die ihre Wahlpremiere gerade hinter sich haben. Man wird belästigt von Ausländern, man wird dumm angeguckt, man wird verfolgt, man wird hinterhergelaufen, man schreit nach dir. Das ist ganz unangenehm. Haben Sie auch für die AfD gestimmt? Ja. Selbst die Pläne der AfD zur sogenannten Remigration, der Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund, schreckten nicht ab. Da geht es ja nicht darum, dass alle, also dass jetzt ich als dritte Generation irgendwie rausgeworfen werde aus Deutschland, meine Eltern nicht, meine Großeltern nicht, da geht es ja nicht darum, sondern da geht es ja darum, um die Leute, die irgendwie auffällig geworden sind, die nicht arbeiten, die wollen, nicht gehen, nicht machen. Der andere Trend unter Jungwählern, Kleinstparteien statt Etablierte. Vor allem die Grünen haben verloren, auch unter Studierenden in Heidelberg. Ich habe mich voll davon abgewendet, weil ich das Gefühl habe, dass die Grünen einfach mit diesem keine Waffen ins Kriegsgebiet liefern, ziemlich gelogen haben. Erstaunlich, oder? Denn normalerweise ist man es doch gewöhnt, dass nur die richtige Meinung gezeigt wird. Da fragt man sich natürlich, war das jetzt das harmloseste aus den Interviews oder versucht sich gerade die Tagesshow, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sich etwa kritisch zu positionieren, um Vertrauen zurückzugewinnen? Was soll man heute noch glauben? Doch wenn man mein Vertrauen, und ich glaube, das Vertrauen vieler Menschen wirklich zurückgewinnen will, dann sollte man einfach mal eine hübsche junge Frau mit versteckter Kamera abends durch den Duisburger Bahnhof gehen lassen. Puh, ich glaube, dann wäre ganz Deutschland nicht nur schwer erschüttert, sondern dann wären endlich mal die vielen jungen Frauen, die täglich Gewalttaten zum Opfer fallen, eindringlichst gewarnt. Doch kommen wir nun zum Beitrag von Ricarda Lang, Trommelwirbel, jetzt wird's holprig. Los geht's und abonnieren nicht vergessen. Tja, und es klang gerade schon an. Die jungen Wählerinnen und Wähler bei Ihnen haben die Grünen sogar am meisten verloren, kamen in dieser Gruppe nicht mal mehr auf die Hälfte ihres Ergebnisses von vor fünf Jahren. Warum? Das habe ich am Abend die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, gefragt. Guten Abend, Frau Lang. Guten Abend, Frau Wellmer. Die Grünen wurden gerade von den Erst- und Jungwählern krass bestraft und liegen weit hinter der AfD. Sie haben auch viel an Kleinparteien wie Volt abgegeben. Haben Sie gedacht, ach, die Jungen, die werden uns schon wählen? Nein, kannst du weiß. Ich glaube, keine Partei kann sich auf eine Wählergruppe und gerade nicht auf junge Wählerinnen und Wähler verlassen. Trotzdem muss man sagen, das Ergebnis gerade bei dieser Wählergruppe ist bei uns einfach ein schlechtes. Da gibt es nichts dran, schönzureden. Da kann es auch kein weiteres so geben, sondern das müssen wir jetzt gemeinsam aufarbeiten. Ich glaube, die meisten sehr oberflächlichen Analysen verbieten sich da, denn wir sehen, dass sowohl die AfD sehr stark zugenommen hat als rechtsextreme Partei bei jungen Wählerinnen und Wählern. Wir sehen aber auch, wie Sie gesagt haben, dass wir an Kleinstparteien verloren haben. Das heißt, ich glaube, hier muss man sich wirklich sehr differenziert anschauen. Welche Themen treiben die jungen Menschen um? Wie können wir mehr Sicherheit schaffen? Wie werden wir wieder attraktiv? Aber diese Aufarbeitung muss es jetzt geben. Nein, natürlich haben die Grünen nicht darauf spekuliert, dass die jungen Wähler in Scharen zu der Grünen-Partei laufen. Und ich wette sogar meine vielen Schuhe darauf, insgesamt zwölf Paar Schuhe, dass wenn die Grünen vorher gewusst hätten, was da auf sie zukommt, hätten sie es niemals ermöglicht, dass das Jugendwahlrecht runtergeht. Aber wisst ihr, was wirklich das Schöne an dieser Überraschung ist? Könnt ihr euch die Panik dieser hoffnungslosen Parteisoldaten vorstellen, die nichts anderes vorzuweisen haben als abgebrochene Studienabschlüsse? Die merken nämlich gerade, dass ihre Fälle davon schwimmen. Und nun erleben die Grünen das, was ganz Deutschland seit zwei Jahren unter ihrer Politik durchmachen muss. Ressourcenkämpfe und Angst um die Zukunft. Denn so, wie sich diese grüne Sekte gerade entwickelt, werden sie wahrscheinlich 20, 30, vielleicht, wenn wir Glück haben, sogar 40 Prozent ihrer Posten und Plätzchen im Bundestag verlieren. Und ich glaube voller Überzeugung, dass diese ausgestoßenen Loser dann schwerlich in der Lage sind, sich in der freien Wirtschaft zu behaupten. Denn niemand in der Realität interessiert sich für Gender Studies und all den Kram, was sie ständig postulieren. Doch schauen wir jetzt mal weiter rein. Daumen hoch für den Algorithmus. Los geht's. Und ich glaube hier zu zeigen, als Partei, wir wollen Politik für die gesamte Gesellschaft machen, das muss man uns am Ende auch glauben. Und offensichtlich glauben ist uns gerade noch nicht genug Menschen. Tja, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit. Und dann sind dann auch die Koalitionspartner. Wie soll es weitergehen mit einer FDP, bei der gestern einige mit Blick auf das schlechte Wahlergebnis der Grünen sogar applaudiert haben? Ich muss sagen, wir haben uns dafür entschieden, Verantwortung dieser Regierung zu übernehmen. Wir stehen auch weiterhin zu dieser Verantwortung. Nehmen wir die drei Regierungsparteien nochmal in die Verantwortung. Wie groß ist die aus ihrer Sicht? Und zwar die Verantwortung dafür, dass die AfD bundesweit zweitstärkste Kraft ist im Osten, sogar die stärkste. Ich glaube auch für den Aufstieg der AfD und ich will es hier einmal so klar sagen, es gab ja gestern ein paar Stimmen, die gesagt haben, das Ergebnis ist jetzt schlechter als gedacht, vielleicht gar nicht so dramatisch. Ich finde nach diesen Wochen, nach den Enthüllungen, die es gerade auch zu den Spitzenkandidaten gab, ist das ein dramatisches Ergebnis. Ein Auftrag für alle demokratischen Parteien. Und dieser Auftrag als erstes geht natürlich an die Regierungsparteien, denn wir tragen gerade die Regierungsverantwortung im Land. Und offensichtlich haben wir als Ampel es nicht genug hinbekommen, den Menschen Sicherheit zu geben. Das war ja fast eine Einsicht, oder? Mal abgesehen davon, dass Riccardo Lang gerade richtig analysiert hat, dass der Großteil der Menschen in Deutschland dieser Partei nichts mehr abkaufen wird. Freuen sich die eigenen Koalitionspartner wirklich darüber, dass die Grünen abseifen? FDP, ihr habt dicke Pluspunkte bei mir gesammelt. Und wollt ihr wissen, warum sich die FDP so darüber freut? Die Grünen haben nämlich mit ihrer rücksichtslosen Politik die FDP beinahe zerstört und völlig in den Ruin getrieben. Und das wissen die meisten von ihnen. Und das Einzige, was diese lächerliche Koalition gerade noch so zusammenhält, ist die Angst, dass die AfD bei Neuwahlen alles abräumen könnte und sie politisch verschrottet werden mit großen Verlusten ihrer Posten. Und eines, bevor wir uns jetzt verabschieden, möchte ich unbedingt noch erwähnt haben. Es geht um Herr Krall. Dieser wird ja gerade als Paradebeispiel dafür genannt, dass die AfD die schlimmste Partei ist. Doch dieser Mann hatte wenigstens die Courage und den Anstand, vom Bundesvorstand zurückzutreten. Und das, finde ich persönlich, beweist mehr Klasse als all die Grünen zusammen. Nehmen wir mal als Beispiel Robert Habeck mit dem Greichen-Skandal, Vetternwirtschaft, die Lüge mit den Atomkraftwerken oder Annalena Baerbock mit ihrem gefälschten Lebenslauf. Ja, zwölf Korrekturen musste sie vornehmen. Oder die Plagiatsaffären oder die vier Millionen Euro, die sie Katrin Göring-Eckarts Ehemann zugeschoben hat. Oder die 20.000, die sie vergessen hatte, den Fiskus zu melden. Kann ja mal passieren. War ja nur ein selbst ausgezahlter Bonus für Weihnachten. Und ja, man könnte jetzt noch vieles weitere nennen, aber eines wird klar. Diese Partei hat sehr viel Dreck am Stecken und sollte die letzte sein, die mit Steinen wirft. Doch was denkt ihr darüber? Tobt euch mal gerne in den Kommentaren aus. Ich bin gespannt auf eure Beiträge. Und falls ihr noch sehen wollt, und das ist das letzte Mal, dass ich dieses Video vorschlagen werde, was die Grünen und die CDU unter Merkel Deutschland wirklich angetan hat, dann klickt bitte aufs nächste Video. Dort wird deutlich, dass die Gewalt in Deutschland nicht mehr vertuscht werden kann. Und dank Tichis Einblick ist das jetzt offiziell. Einfach hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.